Hey und willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es. Heute schon wiederholen wir uns mit der Flamme, dem Chinesen. Hallo. So und jetzt komm schlafen. Warum soll ich schlafen gehen, hallo? Weil ich möchte das Tag bekommen. Ah ja. Komm ins Zelt. Ah ja. Nein, das ist zerstört, naja egal. Ich will nicht wissen, was wir in der Nacht gemacht haben muss das Zelt zu schnell kaputt gehen. Ähm, ja auf jeden Fall geht es in das riesige Loch. Okay, was? Wir machen jetzt Höhlenforscher. So und Teddybär denkt daran diesmal nicht sterben. Was für Luft gibt's denn? Normalerweise muss man das mit dem Schilddrüstenpanzer machen. Ja dann springen wir runter. Ich schau dir mal zu, okay? Ah nein, 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 so ist es ganz schlecht. Scheiße, scheiße, scheiße. Äh, ja. Warte mal, ich möchte mal gucken, wo mein Unterkund nicht gefahren seid, oder? Ich bin auf die komplett falsche Seite gegangen. Schade. Ich hab's noch hoch geschafft, haha. Schade Schokolade. Meine ganzen Items wären weg, wenn ich da nicht sterben würde. So. Nein, 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 nein. Scheiße, 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 scheiße. Oh, das war knapp. Das war ganz knapp. Oh, bin wieder da. Das war so knapp, Alter. Das war so knapp gerade. Das war so knapp gerade. Oh, das ist deine Mutter. Ja, super. Wenn du deine Mutter wieder aufh allemärzt wirst, wenn du die Ape f accelerationst. Aber man einfach kriegt auch da. Die meinst du, dass wir draus kommen. Es kommt so, ja, ein Freund hat des Ankรausch und du den kürst gemacht. Auf mein Beruhe davor ist. Nein... Oh ja... Was konntest du eigentlich? Schaffst du mir eigentlich grad zu? Nein, jetzt kommt... Ja, ich komm schon, warte... Moment lecker zur Hand. ich würde lachen wenn du jetzt sterben würde ich schalte es zieht mir nur eine unterfliege ich habe kein essen mehr ich werde ja das ist definitiv einfacher ich stehe natürlich immer einen schweren weg ich schaffe es aber nicht ich wünsche viel spaß jetzt ja ich bin schon wo bekommst du es eigentlich weiter und doch so ich habe ehrlich gesagt ich verrägte ich habe ehrlich gedacht wir müssen auf jeden fall die taktik wählen nicht so wie du damals das unterspringen zu müssen erst mal die fächer von oben besiegen ist nur ich gehe jetzt noch seitlich runter was ich mache ja 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 immer die cheater hier theoretisch kann ich es machen ich habe keine aufnahme nach oben kann ich so perfekt ja ich darf wieder die drecksarbeit machen und die fächer gehen da haben wir nicht back ich habe das ding gerade angezündet nein bei mir ist ein lichtbacken da in der bahn fälschen nicht back scheiße ich habe mich getroffen die dinger können die wände kaputt wem ist unbedingt die fische ich erwende die können die steine kaputt machen ja welche steine ist das ausragen auf dem boden ja können wir auch kaputt machen ja ich weiß aber das ist nicht die vorteile runter gehen und die dinger die die und tötet sie der dienst der dienst der dienst reingefallen bin und nicht mehr rausgekommen sind in der haus der rano er ist weiß ich noch ja wo ist so geil aufmachen scheiße ich komme nicht so weiter und ein schlag mit gegeben zwar nicht gut ist gut ja ich höre die fetten teile ja aber auch schon das ist ja das mit einem schutz downgang mit der anderen deine kleine also ich bin über dem helikopter ja könnte ich mir vielleicht erstmal helfen die viecher zu dann komm ich mal zu dir und du musst den helikopter reinpacken bitte dies war nicht nein nur die fette teile die sind ich bin einer der gefährlichsten so ich war's direkt vor dir eigentlich ich gott ich habe ich steine nicht zu diesen stein aufgehen ja ich habe richtig geile also wo ist da oben jetzt hätte ich dich mal abgeworfen ich ich habe die kommen jetzt wieder jetzt weiter geht eigentlich wollte ich diesmal sicher spielen ein auf sicher jetzt doch 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 ich weiß doch wo wir damals sagen schon mal gleich von dem die haut aber das das ist ja das ist verschont ich komme zu dir so ich komme zu dir ja oh oh äh die dinger sind ja noch gefährlicher anders ist aber gelben würde ich sagen ja ja die kriegt man ja auch nicht leicht und der ist schon tot muss er sagen sie ist aufwendig zu kriegen sie ist jetzt nicht leicht zu bekommen ich hab ja ja mama hä ja weißt du ich wollte die haut nehmen bin aber gleich mein schü auf schwimmen geändert ich kann nichts machen ah jetzt ich kann ich das machen hallo ja ich kann mich nicht bewegen fahren wir mal bitte nieder was geht aber ja lieben gern jetzt geht's ja danke oh schade es war aber ein geiler bug weißt du ich bin einfach während ich die haut abziehen wollte bin ich in klasse gekommen bin ich schwimmen umgegangen worden ich ziehe ihn doch lieber nicht die haut ab du bist du du jetzt hast du noch einen riegel für mich vielleicht einen riegel die längste pralline der welt ja danke wir sind die längste pralline der welt nein ok ok gut gut da wird einen internet einbieten von 22 ein ganz gutes internet ganz ganz gut hier hallo hallo guck mal er freut sich er brennt schon um p p p p p p aber ich finde die arbeit so geil ist so stark gegen will ich habe es jetzt mal benutzt ich habe ein schuss auf die abgibt die 2 auf jeden ein schuss die totwesen sofort sofort aber es ist nicht geil ich weiß schon war so ist das also ja meine 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 liebe helfer ich komme nicht mehr weg bitte danke ja ich bin ja schon wieder drin du weißt wie lange es gedauert hat ist ich bin äger neben dem geld und so eine zeitrappe einfügen ich habe es trotzdem noch gesehen tut mir leid meine frage ehrlich interessieren würde dass wir passieren muss gemeinsam ein paar stellen aber auch immer ganz aber ich will es nicht probieren weiß was ich mein wer noch welche wäre interessant zu wissen aber doch nicht so es ist so ja ich bin auf dem anzug man kann so einnehmen bist du ich hallo gewählt in der scheiß flugzeug auch und die weg muss dabei das loch das sind noch zwei gegner und was haben wir das sagen kannst du weißt warum du das locken muss ich habe es nicht verstanden ich habe gesagt es ist eine bestimmung toter mann toter kannibale toter kannibale cool meine aufnahme ist ja ist okay ja ich bin jetzt ein besuchteres so machen wir das einfach ein bug einfach ein bug also noch ein riegel geben ja bist du bist verfressen ehrlich jetzt hier ich bin doch nicht verfressen in der forest schon das hat mich jetzt hier tiefst verletzt ist okay viel spaß damit so jetzt ich bin mir spaß man so uns liegt hier bei sachen naja was wirst du liegen was hast du denn für mir das taff ich sage mal in der folge willst du was sagen welchen ja es war schön diesmal ist keiner gestorben und bis zum nächsten was kein gestorben heute ist keiner gestorben aber dann auch noch mal auf x war deine aufnahme ups da war ja was du gefühlt viermal gestorben bist okay am anfang ja ja tschüss